Schön hier. Siebel ist hier. Ich könnte hier auch eins nehmen. Kannst du auch mal richtig besaufen. Ich finde, sie hat ein sehr süßes Gesicht, extrem schöne blaue Augen und ihre langen Haare gefallen mir auch sehr gut. So hast du ein richtiges Zahnpasta-Lächeln. Kennst du? Ja. Komplimente kannst du. Skala eins bis zehn ist der schon auf jeden Fall zwölf. Ne zwölf, die Komplimente kann. Traumtyp der Leon. Erzähl mal, was du hoffst dir so vom Leben? In fünf Jahren sehe ich mich mit Haus und einem Kind. Natürlich bin ich Team. Ein Mann finden und für immer zusammenbleiben. So richtig sicher scheint Leon sich noch nicht über den weiteren Verlauf der gemeinsamen Nacht zu sein. Vielleicht legt er sich deshalb in voller Montur ins Bett. Aber Nachtwäsche ist halt voll sein Thema. Klar hätte man gerne, wenn man jemanden attraktiv findet, irgendwann auch mehr mit ihm als jetzt nur Händchen halten. Ja, dann mach doch mal. Ich bin jemand, der das über Nähe zeigt, dass man den anderen mag. Also ich zeige das mit meiner Zeit, die ich mit ihm verbringe und so ein bisschen mit Berührung oder Küssen oder so. So, sein Polo-Shirt ist auch endlich über die Bettkante. Licht ist gedimmt, Körperkontakt stimmt auch. Dann jetzt einfach nur genießen. Ich finde, das geht alles in die richtige Richtung. Wir kriegen immer eine stärkere Bindung mittlerweile. Ich finde das gut. Schon süß, oder? Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020